Willi, erst mal an der Stelle noch mal frohes neues Jahr und direkt auch gleich herzlich willkommen hier im Trainingslager. Hatst du Zeit, dich ein bisschen zu erholen? Bist du frisch, bist du gut drauf? Ja, wir hatten ja eine lange Pause. Auch die habe ich gut genutzt, war ein bisschen unterwegs, habe ein bisschen trainiert, mich fit gemacht. Und jetzt freue ich mich. Die ganze Mannschaft freut sich natürlich, dass wir wieder zusammen sind. Es war doch eine relativ lange Pause für unsere Verhältnisse in der Bundesliga. Ja, jetzt können wir wieder arbeiten, trainieren und dann freuen wir uns auch auf das erste Spiel. Wirklich schön, euch wieder alle hier beisammen zu haben, dass das Team wieder beisammen ist, wie das voll losgeht. Zweiter Tag hier in Abu Dhabi, langer Flug gestern. Hat sich gelohnt? Wie sind die Bedingungen hier? Ja, wir hatten eine lange Anreise, aber hat sich definitiv gelohnt. Der Platz ist in einem herausragenden Zustand. Hotel macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Das Essen passt auch. Ich glaube, wir haben hier wirklich gute Bedingungen, um uns gut vorzubereiten und dann auch eine gute Rückrunde zu spielen. Das klingt sehr gut. Der Coach Marco Rose wirkt seit von Beginn an sehr, sehr fokussiert. Hat gestern eine lange Ansprache vor der ersten Einheit gehalten. Ich glaube, bei dem wollen wir uns keine Sorgen machen. Du bist immer im Tunnel, du bist immer voll fokussiert. Wie ist die Mannschaft drauf? Sind alle schon wieder voll da? Ja, definitiv. Man merkt, dass wir eine lange Pause hatten. Die Jungs freuen sich jetzt wieder aufs Training. Wir wollen angreifen, ist klar. Wir haben jetzt eine super Serie am Ende der Hinrunde gezeigt und wollen da weiter anknüpfen. Deswegen sind wir hier, um uns gut vorzubereiten. Jeder muss auf sein Top-Level, das ist klar. Und dann schaffen wir es nur gemeinsam. Um aufs Top-Level zu kommen, was steht die nächsten Tage noch genauer an? Was kommt auf euch zu? Ja, viel Training. In erster Linie viel Training. Ich glaube, bis am Spieltag sind zwei Einheiten angesetzt, jeden Tag. Aber ist ja richtig. Da kann man die Inhalte reinpacken. Da können wir taktisch an ein paar Dingen dann auch detailliert arbeiten. Und dann stehen auch die Testspiele an, klar. Viel Training, voller Fokus. Deswegen wollen wir dich auch gar nicht länger aufhalten, Willi. Nach einer intensiven Highlight wurde ich gut ausverdammt. Danke dir.